Willkommen zu Teil 3 von dieser Serie von diesem täglichen 10 Minuten Glute Workout. Mein Name ist Severino und es freut mich dich in diesen 10 Minuten zu begleiten. Alles was du heute brauchst ist eine Miniband. Bist du bereit? Packen wir es ab! Lass uns mal wiederholen. Lass uns auf den Wind um seine Dinge planen. Lass uns die Wind um die Wind um die Wind, den sich hier zusammenstellen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.